Hallo liebe Fußballfreunde, es ist Teil 1, Bundesliga und Zweite Liga, Deutschland Liga. Da habe ich zwei Deutschlandstahls, Union Berlin von Europa, Freundschaftssahl vermute ich mal, so genau von Freundschaft und Union und Sachen, da blicke ich nicht durch. Dann gerne euch in die Kommentare schreiben, welche eure Freunde sind und eure Hassgegner. Da oben tue ich meine Fußballer hin, da kommt noch einer noch dahin. Da kommt noch einer hin von Fanschal, da kamen zwei oder eins dahin oder mehrere eher. Ja, da habe ich schon von dieser Richtung Fanschal, zwei Darmstädter Schal und eine Sapauli Schal. Meine zwei, wie heißt es mal, bayerische Biergläser, zwei Schal von Bier. Ich habe eine Tasse von, drei Tassen von Deutschland und eine Witte Kerle, finde ich, das passt dazu, dass auch Fußball so tut es. Da passen noch ein Trikot dahin und da oben ist meine Wuvoseela von Deutschland. Und da, Entschuldigung, das war an der Montcora durchgefahren. Und da ist ein Deutschland-Trikot von Grün. Welches Jahr, weiß ich nicht, vermutlich mal 2006. Nee, 2006 war schwarz-weiß, so Dreh. Oder Auswärts-Trikot, keine Ahnung. Schreibt bitte in die Kommentare rein, welches Trikot genau das ist. Welches Jahr ist, ich habe keine Ahnung, würde ich gerne mal wissen. Und da geht auch noch weiter von Fanschal. Da geht noch weiter von Fanschal noch hin. Und kann ich dir auch sagen, ich will, ob es geht. Alle 18 Mannschaften von Bundesliga und zweite Bundesliga von 18 Mannschaften auch. Wird ein bisschen schwierig. In der dritten Liga kommt noch nicht da rein. Davon ist dieses Zimmer viel zu klein. Da passen rein, zweite Bundesliga und Bundesliga passen da rein. Alle 18 Mannschaften, Bundesliga und zweite Bundesliga, Trikots und Schals. Und vielleicht auch Fanschal. Äh, wann heiße nochmal Flanken? Fahne. Jetzt sag ich mal, viel Spaß von dem ersten Video von... Deutschland, Liga, Teil 1, Bundesliga und zweite Bundesliga. Viel Spaß von diesem Video. Bis zum nächsten Mal.